Hi ihr Lieben, ich stehe hier gerade vor dem Kino 10 im Mathesa und die Türen sind leider verschlossen. Der Grund ist, dass hier gerade zwei Wochen lang alles umgebaut und der komplette Kinosalon gekrempelt wird, nur damit ihr ein noch besseres Sounderlebnis bekommt. Und wie das Ganze so aussieht, wenn hier zwei Wochen lang alles umgebaut wird, das haben wir für euch in einem Zeitraffer mal dokumentiert und den seht ihr jetzt. So, der Umbau im Kino 10 ist fertig und ich darf mir das Ganze jetzt mal anschauen. Ich bin gespannt, inwiefern die Technik den Saal zum Glänzen bringt. Sieht gar nicht so anders aus, aber es hört sich anders an. Denn hier ist jetzt ein Dolby Atmos Sound für euch. Das bedeutet, dass all diese Lautsprecher hier aufeinander abgestimmt sind und genau wissen, wo sie sich befinden. So wie sich der Sounddesigner im Endeffekt ausgedacht hat, kommt dann bei uns der Ton auch rüber. Zum Beispiel, wenn jetzt in einem Film hier ein Helikopter über den Köpfen der Menschen fliegt, dann hört sich das für uns auch genauso an, als ob er hier fliegen würde. Echt krass. Also Leute, wenn ihr richtig was auf die Ohren bekommen wollt, dann kommt hier ins Kino 10 und schaut euch einer der Filme an, die hier gerade laufen. Zum Beispiel, MEG oder Equalizer, bald auch Predator. Ich glaube, ich gehe am Wochenende auch noch. Also bis dann! A.T. 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 Untertitelung des ZDF, 2020